Heute ist unser letzter Abend zusammen und jetzt haben sie sich gerade um den einen Korn gestritten, wir haben ja zwei, aber der eine, schau mal, Eno, schau mal, da, welchen magst du, welchen magst du, ah, den, ja, jetzt hat, streitet ihr euch beide, na, jetzt sind wir mal gerecht, jawohl. Und so verbringen wir jetzt den letzten gemeinsamen Abend. Bis bald mal wieder.